Ja, hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal Unboxing Techniker. Ich bin gerade hier draußen und ja, ich sitze hier gerade in meinem schönen Garten, wie ihr sehen könnt. Hier ist mein schöner Garten, ja, schön und gut. Hier hinten ist mein Garten, schön und alles gut, ja. Ich sitze hier gerade hier draußen und wollte euch ein bisschen was sagen, ja. Ja, ich habe das Review des Uniherz Celli Pro leider nicht geschafft zu machen, weil es sind hier gefühlte 50 Grad, also in meinem Raum, der sitzt hier hinter mir, ja. Hier hinter mir ist mein Raum, wo ich eigentlich meine YouTube-Videos drehe und es sind hier gefühlte im Raum gefühlte 50 Grad und deswegen habe ich es nicht geschafft, dieses Video zu drehen, aber ich hoffe, ich schaffe es morgen, das Video zu drehen. Ich musste aus dem Haus raus, weil gefühlte 50 Grad drin sind und ich es nicht geschafft habe, das Video zu drehen. Auch nicht, also ich habe es gedreht, aber es ist nicht fertig geworden, weil nicht mal nach dem fünften Versuch, das Video zu drehen, habe ich es geschafft, das fertig zu bekommen und ich war, ich habe es versucht zu schneiden nach dem fünften Versuch und habe es nicht geschafft, das fertig zu bekommen, weil es zu heiß ist in diesem Raum da hinten hinter mir, ja, das ist das Fenster meines Raumes und da ist es einfach zu heiß und deswegen habe ich es nicht geschafft, das Video zu drehen, Freunde, es tut mir leid, ich versuche morgen, wenn es etwas kühler ist, am Morgen das Video zu drehen und dann hochzuladen. Natürlich kommt, wie versprochen, das nächste Video wird das Review des Uniherz Celli Pros. Ich kann schon vorab sagen, ja, ich kann schon vorab sagen, ich sage es euch jetzt noch nicht, aber ich kann euch einen kleinen Hinweis geben, es ist, ja, ich kann euch einen kleinen Hinweis dafür geben, ja, es ist ein sehr gutes Smartphone, ja, aber ob es auch das Mini-Smartphone ist, was wir suchen, das erfahrt ihr, sobald das Video online ist, ich kann euch nicht versprechen, ob ich es morgen online stelle, aber ich versuche es auf jeden Fall, es ist bereits in Arbeit, ich versuche alles es morgen online zu bekommen, aber je heißer es ist, desto weniger schaffe ich es, es online zu kriegen und ich versuche einfach das Beste und, ja, ich versuche einfach es online zu stellen, aber ich versichere euch, das nächste Video, was kommt, ist das Review des Uniherz Celli Pro. Vielen Dank für euer Verständnis und abonniert meinen YouTube-Kanal, schaltet die Glocke an, damit ihr dieses tolle Review nicht verpasst. Es wird ein tolles Review, es wird ein ausführliches Review, es wird ein, es wird das, hoffe ich, meiner Meinung nach, coolste Review werden, das auf meinem Kanal Unboxing Techniker erschienen ist und ich sage Tschüss und nicht vergessen, abonniert meinen Kanal und schaltet die Glocke an, damit ihr keine meiner Videos verpasst und vor allem nicht dieses Video verpasst, weil das Video, was kommt, das ist das beste Review, das jemals gedreht wurde, also das ich jemals gedreht habe, hoffe ich auf meinem Kanal und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Unboxing Techniker.